ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Leute, da sind wir auch wieder. Donnerstag, wir spielen Realms und ich mach das 3 zu 0. Äh, nein. Doch. Nein. Okay, noch nicht. Ja, machst du wahrscheinlich schon, aber ich versuch halt mal wieder alles. Ich hab das Spiel immer noch nicht raus. Ich wollte auch üben, aber irgendwie hatte ich dann doch keine Lust. Ja, ich wollte die Kampagne spielen, um so ein bisschen reinzukommen. Keine Ahnung. Bin mit dem Spiel noch nicht so vertraut. Ja, nimm mal Strand, Strand wäre ja voll in Ordnung. Nein, ich mach... Mach aber ne kleinere Map. Gruselgarten. Oder Gruselgarten, genau, klar. Versuche deine starken Waffen. Ja, so schnell konnte ich auch nicht lesen bei mir, boah, alter. Ich hab schon irgendwann mit Dynamit. Ja, und bei mir weiß ich gar nicht auch was mit Waffen und Objekten. Surprise! Wie er schon wieder anfängt. Also tut mir leid, wegen der Folge von gestern. Also eigentlich für Dienstag, aber die kam halt dann doch einen Tag später, weil mein Renderprogramm gestreikt hat. Aber ist ja jetzt auch nicht so schön, wenn es einen Tag später kommt. Ist, ähm, korrekt. Ja, das sieht gut für dich aus. Ich glaub, du machst ja 2-1. Ja, die komischen sind ein bisschen komisch gespawnt, so wie ich, äh, finde. Ja, wahrscheinlich fliegst du da oben drauf. Doch nicht. Und dort ist das schon wieder voll und... Aber jetzt meine beiden Würmer sind immer das Fasse. Na, jetzt hab ich dir das auch noch gesagt. Hab ich aber eh gesehen. Ey, der Peck ist so behindert, ey! Was machst du denn? Was soll ich machen? Warte, ne Bunkerbomben-Motor hat's eh die Münzen geholt. Oh, ist ja deine Sache. Boah, du glaubst gar nicht, wo ich hinfliege, ey! Oh! 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 Ach, danke! Oh! Oh, ne! Och, ne! Oh! Das ist gut, das ist gut, das ist gut! Och, ne! Boah, der hat das Damage jetzt gemacht, ey! Lass mal sehen, ey! Was, so... Okay, weil das Fass macht allgemein total viel Damage, ey! Ja! Find ich auch, warum auch immer! Ja! Ja! Da bist du! Und... Ja! Eigentlich... Du bist eigentlich der, der am meisten will mal runterhaut! So gesehen! Ja! Weil... Da machst du ja so gesehen immer 100 Damage mit einem an! Ich wär eigentlich dafür, dass wir ab nächster Runde auch keine Granaten mehr benutzen, weil Granaten hast du ja immer! Ja! Ist mir jetzt grad mal so aufgefallen, glaube ich! Guck mal, hat man Granaten immer? Ja! Ja! Ja, find ich eigentlich jetzt auch doof! Findest du? Ja! Also mit Granaten runterhauen jetzt, meine ich! Äh... Weil du hast keine Ahnung immer, die musst du nicht einsammeln, nix, oder? Das ist einfach... Dynamit hast du zum Beispiel nur einmal! Ja, genau! Ja, können wir machen, ja! Oder Mine! Mine zum Beispiel hast du auch nur zweimal! Aber Granaten hast du ja immer! Du kannst einfach immer Granate machen und dann gewinnen! Das ist ein bisschen, ja, groß! Ja, okay, jetzt immer gewinnen! Du schaffst ja nicht immer einen runterzuhören! Wir können auch einfach ab nächstemal so machen! Da ist nicht mit Absicht einen runterschießen oder werfen! Ja, da könntest du so machen! Also wenn du dann einen mit Dynamit sagst und er volle Pulle wegfliegt! Ja, okay! Ja! Damit wir auch dann immer... Sonst geht manchmal die Runde fünf Minuten! Ja, super! Ja, aber wir gucken ja nochmal mal, wir können uns da nochmal ausdenken und dann am Dienstag sagen wir euch das dann! Ey, der Jetpack ist immer voll schwer so zu lenken! Ja, irgendwie schon, ne? Ja, irgendwie schon, ne? Ja, ne, schon richtig! Ja, ich hab da noch einen! Ja, ich hab da noch einen! Ja, das war zu weit! Ja, ich find da auch echt, äh... Ja, der ist irgendwie komisch! Ja, aber jetzt gar nicht treff' nicht, ey! Ja, der sieht irgendwie komisch aus! Ist ja eigentlich wieder ausgeglichen hier! Naja, diesmal ist er so ein bisschen spannender, ne? Das sieht man ja unten an dem Balken! Da einmal! Und zum Beispiel, jetzt könntest du ja schon wieder da eine Garnate hinwerfen! Zum Beispiel! Wenn du da auch... Da musst du halt wissen! Boah, musst du immer abhauen! Ich hau doch nicht ab! Was ist der denn? Ich teleportier mich nur! Ja, ist der Abhauen so gesehen! Naja! Abhauen ist, wenn ich aus der Map rausgehen würde und, äh... Ja, du versteckst dich vor mir! Dat kann man so sagen! Ja, verstecken nicht, aber... Du, du, du... Kann man so meinen! Du bist weg! Ja, ich, äh... Ich treff' eh nicht! Hat nicht vorhabt, ey! Das kann nie im Leben funktionieren! Ja, mit dem Wind, so... Ich würde nicht... Ich würde nicht so hoch geschossen! Boah! Ah, der war nicht schlecht! Und der da oben ist jetzt eh tot, denk ich mal! Ja, das ist korrekt! Der Bunker-Bombone ist weg! Der Junge, wenn du noch einen hast! Ja! Die machen also... Dreis Damage, ja! Ich find doof, dass die Winde in die Erde gehen und die irgendwann explodieren! Weil sie... Du hättest sie einfach durchmachen können! Nein! Oi, 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 oi! Was das so hinhaut, ey! Die Sache... Nee! Nee! Was machst du denn? Weil da eigentlich Luftangriffe war! Ich komme! Luftangriffe? Hast du denn vor? Ah! Das reicht nicht! Ja, so ein Luftangriffe... Aber da ist zu viel... Gedöns! Hier so ein starkes 1 gegen 1 jetzt! Vor allem, du fängst gerade mal an und hast nur noch 90! Huh! 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 Ja, bei Dings hattest du ja wenigstens... Bist du ein bisschen geflogen? Dann kam irgendwann erst der Tank! Ja! Was ich ein bisschen sehr doof finde, ist, wenn du losfliegen möchtest... Äh... Wenn du langsam fliegst, kriegst du mehr abgezogen, als wenn du schnell fliegst! Was hat das denn für'n Sinn? Weil du fliegst ja die gleiche Distanz! Das heißt ja auch nicht beim... Ja, okay, beim Motor... Ja, okay, beim Motor ist das natürlich auch... Mach das 1 Damage! Ja, ich glaube, er hat sogar 45 Damage gemacht oder so! Das ging halt noch! Ja! Guck mal, du fliegst ein bisschen... Guck mal, ich langsam flieg! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Da ist ein bisschen leer! Ich glaube nicht, dass er zu weit geht! Guck mal eigentlich auch nicht! Das ist ärgerlich. Hätte ich das Ding mal ein bisschen weiter links gesetzt. Ich versuche dann jetzt da mit... Na es ist ein Brenner. Da sah aus wie ein Flammenwehr vor. Ich glaube nicht, das funktioniert. Jetzt geht es jetzt so lange weiter. Der hat viel abgezogen von dem Teil, ey. Oh ja. Au. Was ist das bei dir? Warum? geworden ist das Geräusch? Ja, ich hab Aua gemacht. Oh, man hat sich noch nicht gelohnt, ey. Ja. Uzi, alter! Jetzt ist die Haarte vorbei! dabei gibt es hier nur kacke vor allem zu wenig kisten unter du kannst wenn du nix hast das stimmt da vor allem bisschen wenig kisten gibt das finde ich auch das ist ein bisschen nein das ist mir zu riskieren wenn ich mich selbst was ist denn da drachen faust hast heute mitgekriegt obama ist ja immer noch der prämie präsident war ich finde ich gut war fand ich war klar weil der fehler für amerika und so alles gemacht warum soll man den alle knapp geworden mit 51 prozent oder so naja weiß ich ja wie viel weiß ich nicht aber war soll zu knapp gewesen sein ob ich gehört habe ich weiß wer du froh hast achten und lohnt sich es geil was denn xdxl amagen ich habe überlegt ob ich mich dahin deportieren soll oder nicht wäre so lustig wenn er jetzt runtergefallen ich wollte erst was machen das wäre lustig gewesen aber ja mach in die mine spring nein schade wäre lustig ach das geht ist doof dass du oben stehst was luft was wasserbombe ich kann nix machen ja deswegen stehe ich auch oben wenn die wenn die mine nicht da wird alles einfach ich bin jetzt der teleportierer hä? ich bin jetzt der teleportierer ja ja mach ruhig geht das? klar klar ja so weit ach ohne nicht ja komm klau mir was ah bitte wie voll bin denn das nebeneinander rein muss ja aber ist eigentlich so gesehen klar ne wenn du eigentlich was machst aber ja die mine sind mir da zu gefährlich Junge die explodieren ohne den Millimeter neben stets ne aber du musst du nicht willst pass auf jetzt hab ich die scheiß Kiste nicht ein sag ich doch haha na Kiste alles klar na was hast du denn da so du bist doch mit dem kopf da dran ja jetzt hab ich verloren ja wegen der healtaste Kiste 25 torten lehm na jetzt hab ich mich verloren ja achso gut krieg ich auch die Kiste nicht eingesammelt die hat dir auch nicht viel weitergebracht wer weiß ne du hättest die Kiste bekommen und du hättest ja trotzdem gemacht die Kiste ist voll unparteiisch ohne Witz warum die war voll für dich ja ja klar ok 2-1 sag ich doch das musste ja mal rankommen darum ein bisschen irgendwann muss ich ja mal gewinnen das kann ja nicht angehen ja wäre ja uninteressant wenn nur ich immer gewinnen dann würdet ihr ja nicht mehr gucken darum hab ich den jetzt mal gewinnen lassen ja ja klar ja auf jeden Fall 2-2-1 wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag vielleicht mit neuen Regeln wir sehen uns ja 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 ja